So, wunderbar. Gut Ding will Weile haben. Ich hatte es bei LinkedIn schon angekündigt seit einigen Wochen. Vistafone startet jetzt auch ein Podcast-Format. Wir sind endlich ready loszulegen. Wir haben irgendwie wochenlang wie bei Alm aufs Equipment gewartet, sind einzeln ausgestattet und freuen uns, unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen, Martin Bauer von die TEN. Prinzipiell und kurz gesagt, in unserem Podcast soll es ja so ein bisschen darum gehen, auf der einen Seite, was macht Vistafone, wie sieht unsere Branche aus, wie sieht der Arbeitsalltag aus. Viel wichtiger auch, mit wem arbeiten wir zusammen, wie tickt der Mensch dahinter, in Anführungszeichen. Und genau, wir beide haben ja auch eine Vergangenheit. Seit zwölf Jahren sind wir quasi mehr oder weniger gemeinsam unterwegs. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass wir hier ein spannendes Gespräch zustande bekommen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Sebastian und Vistafone. Und ja, willkommen zum Podcast bei der Vistafone. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, seinen eigenen Podcast am Start sahen. Sind vielleicht nicht die Ersten, die auf den Zug aufspringen. Also Podcast ist, glaube ich, jetzt seit vier, fünf Jahren tatsächlich schon state of the art. Besser spät als nie. Von daher, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir können ja direkt mal ins kalte Wasser springen, dass du vielleicht zwei, drei Sätze mal zu dir sagst, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und wie unsere aktuelle Verbindung ist. Genau, super. Ja, Martin Bauer mein Name. Bin jetzt seit vier Jahren bei der Firma Diten. Diten ist ein Startup aus dem Silicon Valley. Wir bauen Hardware, Konferenzsysteme für Zoom und auch für Microsoft inzwischen. Und ich selbst bin 54 Jahre alt, habe einen Sohn, der ist neun. Bin seit 23 Jahren in der Videokonferenzbranche, eine Zeit meiner Diplomarbeit im Bereich Videokonferencing beim Fraunhofer. Und ja, habe mit dir die Vergangenheit über eine Firma, wo du mal ein Azubi bei mir warst, ein Lehrling. Und das ist mir deshalb gut in Erinnerung geblieben, weil du der Auszubildende warst, der im ersten Lehrjahr schon zu Kunden gefahren ist und immer nach vorne wollte. Und das hat mich echt damals schon begeistert. Ja, ich erinnere mich. War tatsächlich noch mit dem Skoda Fabia, bin ich damals durch die Republik gefahren. Das war ein Riesenthema damals, ja. Ja, total. Damals war es mir noch wichtig. Es hat natürlich dann irgendwie mit dem Fabia gestartet und ist auch völlig in Ordnung. Aber ja, kennt man ja, wenn man irgendwie jünger ist und startet. Das ist ein Startesymbol, weil ehrlicherweise voll mein Ding. Ist mir jetzt auch nicht mehr so wichtig, muss ich tatsächlich sagen. Und wir haben ja quasi gemeinsam dann auch im Büro gesessen und meine Ausbildung oder die ersten zwei Jahre eigentlich relativ eng auf täglicher Basis auch zusammengearbeitet. Ja, das war wirklich cool, weil du nochmal, wie gesagt, aus der Rolle gefallen bist, weil du wolltest permanent nach vorne. Du hast permanent Ehrgeiz gehabt, Kunden anzurufen. Du bist mit List zu mir gekommen. Ich sagte, Martin, hier, 100 Kunden, hier ruf ich die Woche an. Du bist wieder aus dem Zimmer gegangen, ja. Das hat mich echt begeistert. Und ja, du hast deinen Weg hier gemacht sozusagen und jetzt sitzt du hier gegenüber von mir als Geschäftsführer einer Firma. Die ist schon etabliert nach dem Markt. Beeindruckend. Ja, absolut. Also das lief recht rund. Gute Ausbildung. Hervorragende Ausbildung, hervorragende Ausbildung, ja. Du hast ja schon erzählt, du bist 54, du bist auch seit über 20 Jahren in der Branche unterwegs. Wenn du mal so kurz Revue passieren lässt, wie sich die Branche entwickelt hat aus deiner Sicht, dann natürlich mit dem Peak irgendwie der Pandemie, was sich seitdem grundlegend geändert hat. Wie ist denn dein Zwischenresümee jetzt nach 20 Jahren und wo befinden wir uns? Ja, also ich hatte eben erwähnt, die Blumenarbeit Fraunhofer, da ging es los mit H323 Videokonferenz damals. Bis dahin war es ISDN mit gebündeten Primär-Multiplex-Anschlüssen. Es war schweineteuer. Dann kam IP-Videokonferencing und dann gab es halt die Sony, Polycom, Tandberg, Cisco, Lifesize. Es kamen viele Hersteller auf den Markt mit eigenen Lösungen auch. Und das ist auch gut gewachsen, aber nie so, dass es durch die Decke ging. Es ist jedes Jahr gewachsen, aber nicht jetzt, wo man gedacht hat, jetzt macht jeder Videokonferenz. Und dann kam halt die Pandemie. Das hat zwei Dinge bewegt, meiner Meinung nach. Einmal, dass das Thema Collaboration, auch Video oder Unified Communication oder Kommunizieren mit Audio und Video von überall und von zu Hause durch die Pandemie drastisch Geschwindigkeit bekommen hat. Dann kam dazu, dass Zoom in den Markt reingekommen ist vor sechs, sieben Jahren inzwischen mit enormem Marketing-Macht. Ich war das erste Mal begeistert, als ich nach Mainz gefahren bin morgens und habe um fünf vor sieben in Radio FFH Videokonferenzwerbung von Zoom gehört. Da habe ich schon das im Leben passiert. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Genau, und da ist aber viel auch verschwunden. Und wenn ich mir das heute anschaue, das hat sich alles sehr konsolidiert, meiner Meinung nach. Es gibt als Hauptplayer, sage ich mal, drei große. Das ist Microsoft, Zoom und Cisco. Da gibt es noch andere. Aber ich würde sagen, die drei machen 80 Prozent des Marktes inzwischen aus. Also es waren viel Großes kommen und gehen. Und ja, jetzt hat sich halt so drei Mächte, haben sich halt mit ein paar kleinen natürlich, will ich nicht ausnehmen, am Markt etabliert. Und da sind wir auch natürlich mit Dieter natürlich dann voll dabei. Ja, das Spannende ist ja vor allem, du hast es ja so ein bisschen beschrieben, vor noch zehn Jahren war es ja auch eine unglaubliche, tatsächlich finanzielle Frage, mache ich die Investition? Das war jetzt noch nicht wirklich, sage ich mal, die Standardkommunikation. Das hat sich ja auch so ein bisschen geändert. Und die spannende Entwicklung ist ja eigentlich, dass es mittlerweile nutzbar ist für jede Art von Unternehmen oder auch für jede Unternehmensgröße. Und dadurch hat sich natürlich der Markt extrem an die Breite entwickelt. Genau, vorher gab es halt nur Hardware-Videokonferenz, sage ich mal. Ja, du musst dir ein Gerät kaufen, was richtig viel Geld gekostet hatte und meistens nur das Management oder Führungskräfte nutzen konnten. Heute ist es Software. Software kannst du runterladen. Pandemie ist das beste Beispiel. Zoom for free. Das heißt, jeder, der Videokonferenz machen wollte, hat das runtergeladen und konnte Videokonferenz machen, mit wem er wollte in der Welt. Und das mit voller Möglichkeit, allen Features außer, halt die Limitierung war, mit drei Leuten nur 40 Minuten, da musst du nochmal neu dich einwählen. Ja, das war schon beeindruckend. Und das hat natürlich dem ganzen Thema und der ganzen Branche und auch all den Firmen, die gedacht haben, man kann nur in der Firma arbeiten, einen Riesenschub gegeben. Und es hat natürlich, würde ich aus meiner Sicht sagen, das Thema UC oder Collaboration um fünf Jahre beschleunigt, innerhalb von drei Monaten oder so. Ja, absolut. War eine wilde Zeit. Wir haben in der Pandemie oder rund um die Pandemie, wie du gesagt hast, diesen Peak erlebt, alles, was die Software-Nutzung entsprechend angeht. Viele Arbeitsplätze logischerweise nur noch von zu Hause. Leute saßen irgendwie mit ihren Küchen, haben ihre Zoom- und Teams-Calls gemacht. Und jetzt so nach der Pandemie, wo das offiziell vorbei ist, ist quasi jetzt die Zeit zum komplett durchstarten und zum Umdenken der Firmen mehr oder weniger zu sagen, okay, auf der einen Seite, wie schaffe ich denn ein attraktives Arbeitsumfeld und auch einen Arbeitsplatz, der die Leute wieder zurück ins Büro bringt? Und wie kombiniere ich das, dass es noch einigermaßen bezahlbar ist? Und ich glaube, das ist momentan die spannendste Frage und die Phase, in der wir uns aktuell befinden. Genau, sehe ich genauso. Also viele haben halt gelernt, dass auch der Mitarbeiter von zu Hause effektiv und produktiv arbeitet, vielleicht sogar mehr als im Büro. Und was sich geändert hat, bezogen auf das Thema Räume, sage ich mal, oder Collaboration-Räume, vorher gab es ein paar große Räume, die genutzt wurden vom Management. Jetzt ist es so, wenn ich zwei, drei Tage im Büro bin, brauche ich halt eine Meeting-Fläche, einen Huddle-Space oder einen Meeting-Raum, weil in der Zeit möchte ich halt mit meinen Kollegen sprechen. Was will ich da machen? Ich brauche dann Audio, Video, ich brauche Content, ich brauche Collaboration, Whiteboarding. Und deshalb fühlen wir uns als D-Tender sehr gut aufgerufen, weil wir eine einfache All-in-One-Lösung haben, für Zoom und Microsoft, die wirklich einfach im Betrieb zu nehmen ist, Strom dran, das Ding startet, das System und jeder kann es nutzen, auch ohne Kabel. Also einfach zu benutzen ist ein Riesenthema. Und die Menge der Räume hat drastisch zugenommen, das heißt, es gibt viel mehr Räume, die, sagen wir mal, einfach in Anführungsstrichen ausgestattet sind, mit einfachen Lösungen anstatt komplexen Lösungen. Natürlich gibt es noch komplexe Räume, aber die Menge der Räume sind kleine Räume mit einfachen Lösungen, die von jedem benutzbar sein müssen. Ja, absolut. Das war eine gute Antwort und dafür können wir gerade mal das Pult hier testen. Pult, ein schönes Applaus eingespielt. Ja, da wollten wir jetzt quasi von Podcast zu Podcast uns mehr oder weniger reinsteigern. Also da haben wir natürlich jetzt hier keine Kosten und Mühen gescheut, auch hier das Mischpult an den Start zu bringen. Das war jetzt schon mal, also mein Liebling, damit wir das einfach abgehandelt haben, ist hier noch als alter Hip-Hop-Liebhaber hier ein bisschen Power über die Hupe zu geben. Von daher schon mal vielen Dank fürs Einbein. Das war eine geile Idee. Ja. Wir haben uns ja so ein bisschen ehrlicherweise natürlich ausgetauscht, welche Fragen gehen wir miteinander durch. Jetzt ist mir aber tatsächlich eine spontane Frage gekommen. Ist halt im Podcast so. Wir können auch schneiden, falls es dann zu krass ist. Du hast ja gerade gesagt, dass die Entwicklung, das sehen wir auch eindeutig, dass 10.000 Unternehmen sich gerade dieselbe Frage stellen. Welche Lösung nehme ich denn? Welche Lösung gibt es überhaupt am Markt? Viele Hersteller wollen in diese Nische Videokonferenz, das ist keine Nische mehr, wollen in den Videokonferenzmarkt rein. Ist dein, über die letzten 20 Jahre mit deinen Erfahrungen, hast du auch das Gefühl wie ich, und das ist einigermaßen unpopulär und wird selten ausgesprochen, dass die Leute, obwohl Videokonferenz angenommen ist, ahnungsloser denn je sind? Ja, das sehe ich auch so. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass halt, wie gesagt, viele in den Markt rein wollen und jeder kommt ins Unternehmen rein, erzählt was anderes, erzählt seine Geschichte. Und der User im Endeffekt oder der es nachher benutzen soll oder der es entscheiden soll, ist erstmal total überfordert mit den ganzen Informationen. Deshalb, glaube ich, brauchen wir Fachleute, die genau beraten den Kunden, was sie brauchen. Wobei man aber sagen muss, jetzt dieses Jahr kommt der Schweren dazu oder seit Pandemien, jetzt nach der Pandemie eine schwierige Situation. In Deutschland speziell, würde ich sagen, bezogen auf Rezession, bezogen auf den Krieg in der Ukraine, der typisch Deutsche sagt, ja, besser mal gar nichts machen, bevor ich was falsch mache, das ist typisch deutsch. Oder Energiekosten sind drastisch gestiegen, das merken wir alle privat bei unseren Abrechen, die wir bekommen. Und deshalb, bis zum Ende, sehe ich so ein kleines Loch im Markt, auch gerade bezogen auf Hardware, weil man muss ja auch sagen, so ein Videokonferenz, in Anführungsstrichen, im Raum ist immer noch nice to have. Und viele glauben noch, wenn ich meinen Laptop nehme mit dem Freisprechgarnitur, dann habe ich schon eine komplette Raumlesung. Ja, und der Kunde ist glücklich und nutzt eine Laptop-Kamera, wo die fünf Leute den Kopf da vorhalten, ja. Aber langfristig glaube ich, das wird sich drastisch ändern. Und ich glaube, dass das Thema Collaboration mit Whiteboarding sich drastisch ändert. Heute würde ich sagen, 90 Prozent der Konferenzräume haben Videokonferenz mit dem Screen, mit dem Bildschirm sozusagen. Das Collaboration wird auch gar nicht gelebt. Deshalb glaube ich, wir als Detailer, um auf uns zu bekommen, unsere Lösungen sind alle whiteboardfähig. Das Thema Whiteboarding, Zusammenarbeit und etwas hinterher digitalisiert zu haben, anstatt vom Flipchart absolut fotografieren, wird immer wichtiger. Ja, absolut. Das sind die Entwicklungen, die wir letzten Endes auch sehen, aus unseren Kundengesprächen. Du bist ja genau wie ich eine Vertriebssau. Kann man, glaube ich, genauso festhalten. Das ist für mich immer noch mit der coolste Job und der kurze Teil des Jobs. Ich meine, mein Job hat sich auch so ein bisschen verändert natürlich. Was macht denn Vertrieb für dich so spannend? Warum brennst du immer noch? Du hast ja erwähnt, du bist 54 und es gibt ja niemanden im Markt, der immer noch so viel Bock hat. Also das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Genau. So viel Zeit muss sein. Fantastisch. Was macht denn den Reiz immer noch für dich aus? Oder warum brennst du denn immer noch so? Also bei mir ist es so, einmal, es gibt ja diesen Begriff Klinkenputzer, also ich bin stolz drauf, ein Klinkenputzer zu sein. Warum? Weil du kannst jedes Jahr, jeden Tag stehst du auf und kannst Leute von was begeistern. Bei mir kommt dazu, ich habe eine sehr große Region mit Deutschland, Österreich, Schweiz, Osteuropa und Benelux. Das heißt, es kommen noch verschiedene Kulturen dazu, verschiedene Sprachen, verschiedene Verhaltensweisen. Deshalb, ich stehe morgens auf und die meisten kennen es ja schon, wir haben halt einfach wirklich eine coole, innovative Lösung und ich weiß, heute kann ich dem Kunden was zeigen, was er nicht hat, was ihm das Leben vereinfacht und was er einfach in der Zukunft haben muss und dann machst du so eine Live-Demo und dann triffst du den Kunden persönlich und du gehst da raus und denkst, super gut, du hast dem Kunden wirklich jetzt geholfen, sein Problem zu lösen oder ein paar Ideen gegeben und das motiviert mich jeden Tag aufs Neue, wirklich. Das macht mir wirklich jeden Tag Spaß und Leute, die mich kennen, wissen auch, ich kann auch nicht anders. Es geht nur Null und Eins. Und das Schöne ist halt, muss man sagen, für jeden, der jetzt überlegt, soll ich einen Fertrieb gehen, mach es, weil im Fertrieb kannst du deinen Gehalt bestimmen, ja, bist du gut, kannst du echt viel Geld verdienen, bist du schlecht, verdienst du nichts, ja, deshalb, also, Fertrieb ist eigentlich ein Traumjob in meinen Augen. Ja, total und er hilft dir in allen Bereichen des Lebens irgendwie, abends in der Bar. Und vielleicht ergänzend noch, ich glaube auch, die Grundfähigkeit im Fertrieb bekommt man oft aus dem Elternhaus schon mit, das heißt, wie man mit Menschen umgeht, natürlich kann man feine Details noch lernen, Verhandlungstechnik, Fragetechnik, das kann man alles lernen, ja, aber das Grundprinzip beim Fertrieb ist, du musst mit den Menschen klarkommen, das heißt, du musst mit Menschen reden können, du musst in deren Haut versetzen können, verstehen können, was sie genau empfinden, was sie brauchen und dann, glaube ich, bist du schon ein sehr guter Vertreter. Ja, absolut. Also, es ist auch viel Einstellungssache, tatsächlich. Ich meine, die Skills, wie so oft, die lassen sich lernen, aber man merkt es doch mittlerweile relativ früh, wenn einem jemand gegenüber sitzt, der schon mal, sage ich mal, mit der richtigen Einstellung und mit Bock dann irgendwie am Start ist. Du hast gerade gesagt, du stehst dann morgens auf. Eine Sache, die ich ja tatsächlich, also mit Bock auf und hast Bock auf deinen Tag und noch Vertrieb. Eine Sache, die ich ja früh dann adaptiert habe tatsächlich, von dir noch auch in der Ausbildungszeit tatsächlich, ist ja ultra früh aufstehen. Und du startest ja beispielsweise immer noch, auch seit Jahrzehnten, auch erstmal mit dem Sport quasi. Wenn du da vielleicht nochmal sagen kannst, wieso, weshalb, warum, was du machst, wann du es machst, wie oft du es machst. Also Sport. Ja, genau. Also ich habe vor 30 Jahren angefangen zu laufen. Vorher war ich ein bisschen kräftiger und bin irgendwann dann mal Silvester oder Neujahr morgen heimgekommen, viel getrunken, Zigaretten geauft, das Leben muss sich ändern. Habe dann auch innerhalb von 18 Monaten, von drei Monaten 80 Kilo abgenommen und habe mein Laufen angefangen. Da habe ich irgendwann gemerkt, dass es für mich echt eine persönliche Bereicherung ist, morgens mal Sport zu machen, weil es macht meinen Kopf frei. Ich komme meistens morgens vom Laufen zurück, brauche einen Zettel, weil mir das eingefallen ist. Und ich bin 100% der Überzeugung, dass Körper und Geist im Einklang sein müssen. Viele sind ja intelligent, machen viel, arbeiten viel nur für den Kopf und der Ausgleich fehlt. Was ich besonders bei mir sage, ich mache keinerlei Wettkämpfe seit 30 Jahren. Ich mache wirklich Sport nur für mich und das auch sehr früh. Also bei mir gehen morgens die Augen auf, Toilette, Zähne putzen und dann geht es an die Laufschuhe und geht los. Ja, und du warst ja letzte Woche bei mir. Ich wohne im Westerwald, auch eine tolle Gegend. Und wie gesagt, ich komme heim und bin total motiviert runtergekommen und habe einfach Energie und Ideen vor allen Dingen. Und das ist halt der Ruhepol in meinem Leben, einfach um, ich arbeite sehr viel, aber da komme ich einfach runter. Ja, das ist bei mir mittlerweile auch so. Also du stehst aber, glaube ich, ohne Wecker auf. Hast du das erzählt, bei dir ist mittlerweile quasi die innere Uhr. Genau, der innere Uhr, jeden Morgen fünf, halb sechs, werde ich wach. Der Wecker stelle ich nur, wenn ich weg muss, mit der Bahn zum Beispiel, um sicher zu gehen, dass es nicht schief läuft. Aber Wecker habe ich die letzten drei Jahre nie mehr gestellt. Ja, das ist Wahnsinn. Also es ist genau, wie du sagst, die Energie, die sich aufbaut, bevor der Tag dann wirklich losgeht, Kopf ist frei. Wie gesagt, das habe ich definitiv adaptiert und kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Wobei ich dann sagen muss, natürlich abends um zehn Uhr, halb elf, ja, da fallen die Klocken wieder zu. Also gestern auch wieder irgendwie WhatsApp bekommen, halb elf, ja, komm hier vorbei, voll schönes Wetter, ich liege tot im Bett, aber ich kann nicht. Ja, und deshalb, wie gesagt, ich mache meinen Sport, arbeiten und verbringe natürlich sehr viel Zeit mit meinem Sohn, der sehr viel bei mir ist und das ist für mich wichtig. Ja. Also ich bringe meinem Sohn noch bei, drei wichtige Dinge. Erstens ist Gesundheit, weil ohne Gesundheit ist das Leben nichts wert. Dann Familie ist ganz wichtig und das Dritte ist Ausbildung, Bildung. Das ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern auch für mich, jeden Tag was Neues lernen, mich weiterzubilden, mit anderen Menschen zu sprechen, von anderen was zu lernen. Das macht auch Vertriebe aus, weil du hörst immer wieder ein neues Traum von jedem Menschen, den du sprichst. Das ist einfach beeindruckend, ja. Ja, absolut. Kann man genau so zusammenfassen. Ja, und letzten Endes war es das auch schon. Martin, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Auftakt hier, für den ersten Podcast. Auch hier, wie bei allem, wir werden uns reinfuchsen, wir werden besser werden. Das ist immer so wichtig, einfach anzufangen, einfach zu starten. Deswegen vielen Dank, dass du auch den Mumm gehabt hast, bei der ersten Folge direkt mitzumachen. Ja, kühlen Kopf war wichtig und meine, ihr seid ja wirklich ein toller Partner und muss mal sagen, hinter mir im Regal stehen zwei Awards, nicht umsonst, ja, die ihr die letzten zwei Jahre bekommen habt, weil ihr echt Gas gebt. Und was mich beeindruckt an euch, das kann man auch mal hier sagen, die Energie, die ihr habt, speziell von Fritti und von dir vorgelebt, die Energie permanent voranzugehen, Leute zu motivieren, Leute mitzunehmen und Gas zu geben. Und das beeindruckt mich, weil jeder Endkunde oder aus unserer Reseller hat das gleiche Problem, der will zeitnah seine Dinge erledigt haben. Wenn der Kunde ein Angebot will, will der es jetzt haben. Wenn du mich fragst, Martin, ich brauche einen Projektpreis oder ich brauche Hilfe, willst du jetzt Hilfe haben? Und das, glaube ich, macht es aus, dass man wirklich Gas gibt und immer voran. Ja, vielen Dank. Das Kompliment nehmen wir gerne an, nehmen wir gerne mit. Und natürlich. Und ja, danke für deine Zeit. Danke auch für die Einladung. Dann gehen wir jetzt noch was Schönes essen und dann geht es weiter heute Mittag. Genau, super. Wunderbar.